Hi Sag was, das ist doch nicht normal Auf die Knie Oh, das ist doch nicht Weg mit dir Hast du was fallen lassen? TMP Munition, super Oh, scheiße Die werfen doch wieder das Teil, oder? Das war eng Das war wieder eng Das war so verdammt eng Alter, bin ich jetzt im Risiko eingegangen Okay, die machen wir eigentlich keine große Gefahr Oh, wow Rein da Mal sehen, was wir da drin so finden können Oh, mein Gott Ein Uhrwerk Na, dankeschön Es ist mir hier ein bisschen zu ruhig Kletter mir mal hoch Mal sehen, was da oben zu finden Eine wunderschöne Kiste mit schöner Munition Und ob das Uhrwerk einfach so, dass so da ist Ach nee, das ist nur draußen Das sagt gerade so gut Das sagt gerade so aus, ob das irgendwie blinkt oder so Nichts interessantes hier, oder Leon? Wir können noch weiter hoch Und ich würde sagen, wir gehen noch weiter hoch Warum denn nicht? Und was finden wir Schönes? Wir können noch weiter hoch Ja Und wir sehen hier schön wieder am Pergament Ritualvorbereitung Ah, das sind diese Viecher Dank dem Einsatz der Novis Ach, nee, sowieso Ashley gefangen haben Novis Dados Konnten wir Ashley fangen Wir bereiten uns so schnell wie möglich aufs Ritual vor Und nehmen Ashley als Mitglied der Los Emiliatus auf Wer will, kann sich während wir uns vorbereiten Um unseren amerikanischen Freund kümmern Wir können unseren Freund wenigstens eine Zeit lang aufhalten Damit die Zahnräder im Ohr und Tor blockieren Aha Wenn wir sie an drei Stellen blockieren Müsste die Zeit reichen, um uns aufs Ritual vorzubereiten Jetzt geht's und unterhaltet unsere Touristen Ähm, und wieso schreibst du das hier einfach so hin Und tust es hier hin und da keiner nimmt es auf Aha So, wird blockiert Wird blockiert Und wo ist das Holz, was blockiert Ach, bis wir das Holz finden, ist von Weihnachten Vielleicht können wir das so ein bisschen besser sehen So, dann zeige ich nochmal Ich sehe nichts Nein Nichts, überhaupt nichts Geh auch mal runter Muss ja irgendwo was sein, was blockiert, ne Da Nummer eins Okay Fehlen nur noch zwei Ha Bedeutet, noch weiter runter Okay Äh, nicht raufklettern, nein Ähm Ähm Auch nicht Hier vielleicht Äh, lalalala Ähm, nein Das ist aber auch ein großes Uhrwerk, muss ich sagen Das ist nicht so ein kleines hier Wie so eine von der Armbanduhr Ähm, lalalala Nö, auch nicht Sag mal Sind das wirklich drei Holzbalken, die auf das Ding blockieren Ich komme gar nicht weiter runter, oder? Ach doch, da So Seht ihr hier noch irgendwas? Ich sehe nichts Was sollen die anderen zwei sein? Ha Vielleicht Ne, ohne Scheiß, keine Ahnung Jetzt sehe ich hier kein weiteres Holzteil Wahrscheinlich habt ihr schon eins gesehen, aber ich sehe keins Nö Nö Ne Ne Sehr schlecht Da müssen auch noch zwei sein, Mensch Hier müssen wir das gut sehen können Da Nur noch eins Das ist ja was Ich nehme mal ein Schafhilfe zu gewählter für Können wir auch mal nachladen Gleich zwischendurch Und mal gucken So, wir gucken jetzt mal hier alles durch Und hier aus sehen wir nämlich alles super gut Und können dann sehen, ob wir hier oben was vergessen haben Oder weiter runter müssen Am PC wird mal wieder ein kleines bisschen lauter Und wir müssen Wir müssen Wir müssen Schaut so, als müssten wir noch ein Stückchen runter Ach, wir behalten mal das Schafschützengewehr Gut Aha Also ist sie keins Wahrscheinlich bin ich noch verdammt blind Vielleicht ganz da unten noch Hm Also der hält uns wirklich auf, muss ich sagen Ich sehe Kein weiteres Holz da Stimmt doch alles Ah, wir sammeln unten noch ein bisschen ein So Versperrte Tür Versperrte Tür Und Gold Mensch, da müssen wir doch was finden Was ist das? Ist das Holz? Ne, ne, ne Holz ist es schon Aber nicht, dass er es versperrt Also ich sehe keins Ne Nö, nö, nö Also ich Erkenne Rein gar nichts Ach ja Gehen wir mal wieder hoch Weil oben ist der Ederhebel Vielleicht haben wir auch schon Beides Aber da stand ja eigentlich drei auf Vielleicht hat er ja eins vergessen Man weiß ja nicht, ob er zählen kann Hm, hm, hm Gehen wir jetzt so eine kleine Runde Vielleicht haben wir hier Sofort sogar was vergessen Nö Und noch weiter hoch Aha Schöner Schöner Zoom Äh, da habe ich ein Plenis gesehen So Quickscopen hier Wow, wow, wow Nehmen wir die Pistel wieder Gucken wir mal ein bisschen schneller gucken Wer hat an der Uhr gedreht Ist es wirklich schon so spät Ich finde hier nichts Rein gar nichts Noch mal ein schöner Zoom hier Und ich habe immer noch nichts gesehen Das versperrt nichts Das kann man sich aus der Wollt Oder ich bin so blöd zum Rechnen Und habe schon drei Ähm, drei Äh, kaputt gemacht Nein, hier oben ist nichts Was ist das? Schau mal Moment, Moment Ich sehe da was Und bei mir lassen Machen sie gerade Musik an Ich könnte austicken Ähm Auch nichts Sag mal Bestätigen Da blockiert noch irgendwo was Aber da oben Blockiert ist Als muss da oben Aber wenn es jetzt so sein würde Dann würde hier oben was blockieren Ja Oder? Naja Ein bisschen würde ich Trotzdem mehr drehen Wenn hier oben nichts wäre Ach, Mann, no Ich finde Oh, der hat recht gehabt Ich brauche doch die Schlange Ich sehe das aber nicht Ich sehe das nicht Ich sehe hier kein Holzteil Wahrscheinlich ist das verpackt Und man kann das gar nicht sehen Ja Was ist eigentlich Wenn man in dem Raum Keine Munition mehr hätte Wie kann man dann hier weiterkommen? Auch eine gute Frage Ich würde sagen Hat man einfach mal Pech gehabt, oder? Ein Messer werfen Trinkt eigentlich mal Nicht so viel bei Holz Und Schießen bringt das schon mehr Wenn ich wüsste Wo Der Holzbalken ist Ja Wie kann man das jetzt hier nennen? Let's search, oder was? Let's lucking for Holz Ach, ja Ist ja eigentlich noch ziemlich entspannt Hier mal ein bisschen Holz zu suchen Ey, das ist doch nicht normal Wo ist denn hier Holz? Ihr könnt von mir aus Mal Vollbild anmachen Und mitsuchen Da habe ich überhaupt kein Problem damit Ja Könnt's mir nur jetzt nicht sagen Wenn ihr das schon gesehen habt Ich sehe das nicht Ich sehe das nicht Ne Ich sehe ja nirgendwo Holz, was irgendwie versperrt Aber ich kann damit Ich schätze ja Dass es hier unten ist Weil alles andere War ja ein bisschen weiter oben Das Ritual hat wahrscheinlich schon begonnen Wir werden gleich wahrscheinlich so verlieren Das ist doch nicht normal Gehen wir nochmal weiter runter Gucken wir hier nochmal Ich schätze ja Das ist hier unten Irgendwie kann das möglich sein Sag mal Wollt ihr mich verarschen? Wo ist denn hier das Holz? Sind sie noch irgendwie hier? Ne Das kann doch nicht sein Ich stelle mich gerade so doof an Oder Ich finde kein Holz Welches blockiert Unmöglich Ne Finde ich nicht Natter Nie jetzt Ach ja Weißt du schön Mal gehen wir gleich nochmal hoch Er hat irgendwas Gliedernis in seiner Tasche Hatte nicht Kaugummi in der Tasche War doch nicht was Ha 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 Ist ja schön und gut Das ist ein schönes Rätsel Ja aber ich finde es nicht Das Rätsel ist für mich so anspruchsvoll Ja lass mal ein paar Verbindungen hier abschließen Wahrscheinlich klappt es dann Ha Aber ihr werdet das Ich seh das auch nicht Das wette ich Ihr seht das auch nicht In der Vollbild an Das könnt ihr mir erzählen was ihr wollt Das findet ihr nicht Ey Kann doch nicht möglich sein Ich finde da nichts Ich finde da einfach nichts Ich suche das so lange bis ich es gefunden habe Moment Ich muss da ganz kurz was gucken Ich muss da ganz kurz was